Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht's weiter mit dem 20. Kapitel aus Richard David Prechts. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Berlin. Endzeit. Soll man Sterbehilfe erlauben? Ich wünsche euch viel Spaß. Barnemünde ist ein fröhlicher Ort. Das bewegte Meer, die helle Luft. Vor Jahren war die Mutter mit ihrem Sohn an der Ostsee gewesen. Bald wird sie ihn wieder dorthin bringen. Er hätte nicht unter schwere Friedhofserde gewollt. Auf dem Küchenschrank liegt der Prospekt für die Seebestattung. Marie-Louise nicht, nimmt ihn immer wieder zur Hand. Das Ganze kommt ihr noch unwirklich vor, denn ihr Sohn liegt ja nebenan, im größeren, schöneren ihrer beiden Zimmer. Er atmet, sein Herz schlägt, er ist warm. Manchmal öffnet er die Augen. Ein Toter sieht anders aus. Der Mensch, der Alexander war, ist vor vier Jahren gestorben, sagt Frau nicht. Ein anderer Alexander ist entstanden. Für die Medizin ein Mensch ohne selbst, ohne Empfindung, ohne Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und ohne Chance, dass sich daran jemals etwas ändert. Für Marie-Louise nicht, ihr Kind, das sie braucht. Anfangs hatte sie manchmal die Faust in der Tasche geballt, ihn geboxt und angebrüllt. Komm zurück, du kannst mich doch hier nicht alleine lassen. Das ist vorbei. Ihr Sohn macht jetzt nicht den Eindruck, als leide er. Der Mutter, seine Muskulatur ist entspannt, er schwitzt nicht, er fühlt sich wohlig an. Die Mutter hat sich längst daran gewöhnt, dass sein Mund immer offen steht und manchmal Speichel herausrinnt. Sie kann zu ihm sprechen, sie kann ihn massieren und streicheln. Sie kann ihn in den Rollstuhl packen und mit ihm nach draußen gehen, wenn das Wetter schön ist. Sie kann sich ein Leben mit ihm eigentlich gut vorstellen. Denn Alexander, da ist Marie-Louise nicht absolut sicher, würde diese Existenz, die am Brei aus der Magensonde hängt, nicht wollen. Im Herbst 2006 berichtete der Spiegel von Alexander nicht Schicksal und dem seiner Mutter Marie-Louise. In einer Oktobernacht 2002 war der Berliner Abiturient unverschuldet von einem Auto angefahren und mit schwersten Schädelverletzungen auf die Intensivstation gebracht worden. Ein großer Teil der Substanz im Großhirnmantel war irreparabel zerstört. Fast vier Jahre blieb Alexander im Wachkoma, unansprechbar und ohne jede Chance, wieder ins Leben zurückzufinden. Für seine Mutter war der Fall klar, dass ihr Sohn so nicht hätte leben wollen. Doch die behandelnden Ärzte in Berlin bestanden darauf, die Apparaturen laufen zu lassen, die Alexander künstlich am Leben hielten, und auch die Justiz verweigerte sich dem Wunsch der Mutter über Jahre sehr hartnäckig. Die Rechtslage ist nämlich komplizierter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Zwar darf kein Arzt in Deutschland das Leben eines Patienten gegen dessen Willen künstlich verlängern, aber woher kennt der Arzt bei einem Komapatienten dessen Willen? Statt Marie-Louise nicht zu vertrauen, dass ihr Sohn unter diesen Umständen nicht hätte leben wollen, hielten die Ärzte Alexander weiterhin am Leben. Der Umgang mit Patienten im irreversiblen Koma ist ein Fall unter vielen, der zeigt, wie schwierig die Gesetzeslage, die ethischen Abwägungen und die Frage nach dem Willen und dem Recht von totgeweihten oder unwiederbringlich bewusstlosen Menschen sind. Wer darf dabei mitreden und entscheiden? Und welchen Handlungsspielraum hat der Arzt? Dürfen Ärzte das Ende von totgeweihten Patienten herbeiführen, indem sie deren Behandlung abbrechen? Passive Sterbehilfe. Dürfen sie in Kauf nehmen, dass ein mit starken Schmerzmitteln behandelnder Patient als Folge dieser Therapie schneller stirbt? Indirekte Sterbehilfe. Darf der Arzt einem Patienten auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin helfen, dessen Leben zu beenden? Beihilfe zur Selbsttötung? Und schließlich darf er dem Patienten auf dessen Wunsch durch ein Medikament oder eine Giftspritze töten? Aktive Sterbehilfe. Am klarsten geregelt in Deutschland ist der Fall bei der aktiven Sterbehilfe. Sie ist strafbar. Der Text des Paragrafen 216 Tötung auf Verlangen des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland lautet ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Entscheidet der Arzt sich ohne ausdrückliches Einverständnis seines Patienten zur Tötung, so kann er wegen Mordes verurteilt werden. Der Paragraf 216 schützt den Bürger nicht nur vor sich selbst, sondern er soll zugleich verhindern, dass jemand einen anderen Menschen aus persönlichen Motiven tötet und vor Gericht angibt, der Getötete habe es selbst so gewollt. Ohne Zweifel ist eine solche Barriere des Rechts also sinnvoll. Die Frage ist nur, ob sie in jedem Fall sinnvoll ist. So unterschiedlich die Rechtsnormen in den verschiedenen europäischen Ländern sind, kein einziges Land in Europa hat sich bislang dazu durchgerungen, die aktive Sterbehilfe direkt zu erlauben. Eine indirekte Erlaubnis ist die im Jahr 2001 in den Niederlanden und 2002 in Belgien durchgesetzte Rechtspraxis, aktive Sterbehilfe zwar weiterhin zu verbieten, aber unter nachweisbaren Umständen gleichwohl straffrei zu stellen. Die Niederländer reagierten mit dem Gesetz darauf, dass spätestens seit 1969 zahlreiche niederländische Ärzte aktive Sterbehilfe im Verborgenen praktizierten. Und die Bevölkerung stand mehrheitlich hinter der offiziell verbotenen Praxis. Um diese Grauzone zu verhindern, etablierte die Regierung die Regelung vom grundsätzlichen Verbot bei gleichzeitiger möglicher Straffreiheit. Eine juristische Parallele zur Abtreibungsregelung in Deutschland. Seit 2001 darf ein behandelnder Arzt in den Niederlanden einen Patienten töten, sofern erstens der Patient dies ausdrücklich wünscht, zweitens ein zweiter Arzt als Berater und Zeuge hinzugezogen wurde und drittens der Arzt seine Tat bei der Staatsanwaltschaft anzeigt, sodass diese den Vorgang polizeilich überprüfen kann. Das Hauptargument von Menschen, die die aktive Sterbehilfe erlauben oder straffrei stellen möchten, ist das Selbstbestimmungsrecht. Jeder, der zurechnungsfähig ist, sollte demnach das Recht haben, selbst über sein Leben und damit auch über sein Sterben zu entscheiden. Legt man das deutsche Grundgesetz entsprechend aus, dann gehört zur Würde des Menschen also nicht nur ein Selbstbestimmungsrecht auf Leben, sondern auch ein Selbstbestimmungsrecht auf Sterben. Interessanterweise kommt es vor, dass sich sowohl die Befürworter wie die Gegner des Rechts auf aktive Sterbehilfe auf Kant berufen. Die Gegner sprechen von der unbedingten Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, weil der Mensch nach Kant Zweck an sich selbst sei. Er darf nicht verzweckt werden. Jemand anderen zum Töten zu ermächtigen aber bedeute, nicht mehr selbst über sich zu verfügen, sondern jemand anderen über sich bestimmen zu lassen. Aus einem freien Menschen werde somit das abhängige Verfügungsobjekt eines anderen. Und dies, so meint zum Beispiel Albin Eser, emeritierter Professor für ausländisches und internationales Strafrecht am Max-Planck-Institut in Freiburg, sei eine Verzweckung. Besonders stichhaltig ist diese Argumentation allerdings nicht. Macht es denn tatsächlich einen Unterschied, ob ich mich in voller Freiheit dazu entschließe, mich selbst zu töten, oder wenn ich ebenso frei jemanden darum bitte, mich zu töten, weil ich es zum Beispiel im Krankenhausbett selber nicht tun kann? Verzweckt man mich denn nicht viel mehr, wenn man mich gegen meinen freien Willen am Leben lässt? Soweit man weiß, hatte sich Kant im Alter sehr vor der drohenden Demenz gefürchtet und entschieden, dass sein Leben unter solchen Umständen für ihn keinen Wert und keinen Sinn mehr haben würde. Da die modernen Formen indirekter Sterbehilfe zu seiner Zeit nicht zur Verfügung standen und auch ein Behandlungsabbruch nicht zum unmittelbaren Tod eines Alzheimer- oder Demenzkranken führt, liegt es nahe, dass Kant die aktive Sterbehilfe zumindest für sich selbst befürwortet hätte. Ein zweifelhafteres Argument dafür, aktive Sterbehilfe zu erlauben, liefert die Statistik. Jahr um Jahr beauftragt die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, DGHS, die das Recht auf aktive Sterbehilfe einfordert, Meinungsforschungsinstitute mit Umfragen. Danach befürworten gegenwärtig etwa 80% der Deutschen, aktive Sterbehilfe zuzulassen. Für die DGHS ist dies ein klares Signal. Was die Menschen wollen, sollen die Politiker endlich umsetzen. Doch mit Statistiken als moralischem Imperativ ist das so eine Sache. Bis vor einigen Jahren gab es in Deutschland eine breite Ablehnung der Homosexualität. War es deshalb rechtens, Homosexuelle mit Gefängnis zu bestrafen, wie dies bis in die 60er Jahre tatsächlich möglich war? Hätte man unmittelbar nach dem 11. September 2001 eine Umfrage gemacht, ob alle in Deutschland lebenden, streng gläubigen Muslime ausgewiesen werden sollen, hätte sich möglicherweise eine Mehrheit gefunden, die es dafür heute sicher nicht mehr gibt. Statistiken spiegeln auch den Affekt wieder und sie sind sehr abhängig von der Art der Frage. Vor vier Jahren beauftragte auch die Deutsche Hospizstiftung, die die aktive Sterbehilfe ablehnt, ein Meinungsforschungsinstitut. Sie legte großen Wert darauf, den Befragten nicht nur die aktive Sterbehilfe, sondern auch die Mittel und Wege der Palliativmedizin zu erklären. Unter Palliativmedizin, vom lateinischen Wort pallium, der Mantel, versteht man eine Behandlung und Pflege von totgeweihten Patienten, die deren Symptome so weit lindert, dass diese in ihrer verbliebenen Lebenszeit weitestgehend beschwerdefrei leben können. Bezeichnenderweise zeigt das Ergebnis dieser Umfrage ein ganz anderes Bild als das der DGHS-Umfragen. Personen, denen sowohl aktive Sterbehilfe wie Palliativmedizin vorher erklärt worden war, stimmten nur noch zu 35 Prozent für die aktive Sterbehilfe. 56 Prozent dagegen wünschten sich den verstärkten Einsatz der Palliativmedizin in den Krankenhäusern. Ein Utilitarismus, der das Glück und das Leiden der Gesellschaft mithilfe von Statistiken festzustellen sucht, ist also ziemlich heikel. Ein drittes, indirektes Argument für die Zulassung der aktiven Sterbehilfe in Deutschland besteht darin, auf große Widersprüche in der bestehenden Rechtspraxis zu verweisen. In Deutschland sterben in jedem Jahr zwischen 800.000 und 900.000 Menschen, mindestens zwei Drittel in Krankenhäusern und Pflegeheimen und nur wenige zu Hause im Kreise ihrer Nächsten. Keiner dieser Menschen, so scheint es, stirbt durch das aktive Zutun eines Arztes oder Sterbebegleiters. Es scheint so. Tatsächlich aber sind in den letzten zehn Jahren mehr als 300 Menschen aus Deutschland mit einem Ticket ohne Rückflug in die Schweiz gereist, um dort von Sterbehilfeorganisationen wie Dignitas oder Exit-Medikamente zu erhalten und sich damit zu töten. Beihilfe zur Selbsttötung lautet der entsprechende Rechtsbegriff. Anders als in der Schweiz ist Beihilfe zum Suizid in Deutschland nicht ausdrücklich erlaubt, aber eben auch nicht verboten. Und tödliche Medikamente zu verkaufen ist noch keine aktive Sterbehilfe. Das Einzige, wofür man einen Zyankali-Dealer verurteilen kann, ist ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die deutsche Justiz steht damit vor einem Dilemma. Zu verdächtig erscheinen die kommerziellen Sterbehilfeorganisationen, doch ein Geschäft mit dem Suizid zu machen ist nicht grundsätzlich verboten. Der Mainzer Rechtsphilosoph Norbert Hoerster sieht in dieser Gesetzeslücke ein großes Problem, ganz im Gegensatz zur aktiven Sterbehilfe, die er erlauben möchte, sofern tatsächlich gewährleistet ist, dass sie auf den freien Wunsch eines Patienten erfolgt. Während Hoerster die aktive Sterbehilfe unter der genannten Auflage zulassen möchte, schlägt er vor, dass derjenige, der einen anderen zur Selbsttötung verleitet oder dabei fördert, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft wird. Es sei denn, dass er dabei völlig zweifelsfrei nach dem freien Willen des Sterbewilligen gehandelt hat. Hoerster, dessen Begründung im Wesentlichen auf dem Prinzipien des Präferenz-Utilitarismus beruht, führt hier unter der Hand ein zweites Kriterium ein. Nicht nur die Wünsche und Absichten des Sterbewilligen spielen eine Rolle, sondern auch die Motivation seiner Helfer. Denn um jemanden zu etwas zu verleiten, muss ich einen Grund haben, der unterschiedlich gewichtet werden kann. Dass der Utilitarismus normalerweise nur die Konsequenzen einer Handlung, nicht aber deren Motivation berücksichtigt, ist übrigens ein bekanntes Manko. Ist ein Soldat, der durch den Befehl seiner Vorgesetzten im Krieg zum Töten von hundert Menschen gezwungen wird, ein schlimmerer Mörder als ein Gewaltverbrecher, der eine alte Frau aus Habgier zu Tode prügelt? Eine Moral, die nur nach den Konsequenzen für den Betroffenen oder für die Gesellschaft schaut, greift augenscheinlich zu kurz. Fast alle Präferenz-Utilitaristen befürworten das Recht auf aktive Sterbehilfe, weil diese Möglichkeit im Interesse des Betroffenen, im Regelfall eines totgeweihten Patienten liegen kann. Bezeichnenderweise aber argumentieren auch die Gegner mit dem Interesse des Betroffenen. Um dies zu verstehen, lohnt sich der Blick auf die passive und die indirekte Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt, sofern sie dem mutmaßlichen Wunsch des Patienten entspricht. Kein Arzt darf jemandes Leben gegen dessen Willen künstlich verlängern. Die komplizierte Frage nach dem Willen eines komatösen Patienten hatten wir am Fall von Alexander nicht verfolgen können. Auch die indirekte Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt. Der häufigste Fall indirekter Sterbehilfe ist die terminale Sedierung. Wörtlich übersetzt bedeutet terminales, sedieren, zum Ende, führendes, beruhigen. Wie es die Palliativmedizin vorsieht, erhält der todkranke Patient eine sehr hohe Dosis an Schmerzmitteln, dazu Medikamente wie Morphin, die ihn bei unerträglichen Schmerzen ins Koma versetzen. Der Arzt tut sein Bestes, das Leben des Patienten in dessen letzten Tagen so erträglich wie möglich zu machen. Das Einzige, was er nicht tut, ist, den Todgeweihten ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Bei einem normalen Verlauf der stark austrocknenden Schmerztherapie stirbt der Patient nach zwei bis drei Tagen an Wassermangel. Dem palliativmedizinischen Gedanken entsprechend wird die terminale Sedierung nicht als aktive Sterbehilfe gewertet. Die terminale Sedierung wird unter anderem in Hospizen durchgeführt, die sich als humane Alternative zur Sterbehilfe verstehen. Auch in Deutschland ist sie ein durchaus gängiges Verfahren indirekter Sterbehilfe. Ein Verfahren freilich in einer Grauzone. Genaue Zahlen gibt es nicht, in Deutschland besteht dafür keine Meldepflicht. Wo auch immer indirekte Sterbehilfe praktiziert wird, gibt es deshalb auch unklare Fälle, denn indirekte und aktive Sterbehilfe lassen sich in der Praxis manchmal gar nicht sauber trennen. Einige in den letzten Jahren bekannt gewordene spektakuläre Fälle offensichtlichen Missbrauchs rufen deshalb auch hier Kritiker auf den Plan. Wie will man im Nachhinein kontrollieren, ob die Patienten von dem stark erhöhten Risiko der Schmerzbehandlung wussten und ihren sanften Tod nicht nur in Kauf nahmen, sondern ihn sogar wollten? Kritiker meinen deshalb, dass indirekte Sterbehilfe, die in Deutschland tausendfach praktiziert wird, grundsätzlich gefährlicher sei als eine gut kontrollierte Praxis der aktiven Sterbehilfe. Die wichtigsten Argumente für die kontrollierte Zulassung der aktiven Sterbehilfe in einem Rechtsstaat sind damit benannt. Der Übersicht halber wollen wir sie noch einmal zusammenstellen. Erstens der Anspruch auf aktive Sterbehilfe ist ein Grundrecht des freien Menschen. Ein Teil seines Selbstbestimmungsrechts. Zweitens aktive Sterbehilfe wird von den meisten in Deutschland lebenden Menschen als ein legitimes Mittel befürwortet. Drittens aktive Sterbehilfe ist transparenter und besser zu kontrollieren als die Beihilfe zur Selbsttötung und die indirekte Sterbehilfe und sollte deshalb als Mittel unter anderem zugelassen werden. Diesen drei Argumenten stehen folgende Einwände gegen die Zulassung der aktiven Sterbehilfe gegenüber. Erstens schädigt die Tatsache, dass aktive Sterbehilfe zulässig ist, nicht unter Umständen das Vertrauensverhältnis von Patient und Arzt? Zweitens verstößt die aktive Sterbehilfe nicht gegen den Ehrenkodex von Ärzten zu helfen und zu heilen? Drittens Kann man tatsächlich immer zweifelsfrei kontrollieren, ob ein Patient die aktive Sterbehilfe gewünscht hat? Viertens Wer schützt einen dementen oder komatösen Patienten in jedem Fall davor, dass seine Angehörigen aus egoistischen Motiven seinen Tod wünschen? Fünftens Führt die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe nicht dazu, dass die Gesellschaft grundsätzlich in der Frage umdenkt, wie wir mit totgeweihten Patienten umgehen sollen und gefährdet dadurch die Bedingungen unseres Zusammenlebens? Sechstens ermöglicht sie also einen Dammbruch, sodass aus der Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe ein indirekter Zwang wird, von diesem Mittel auch Gebrauch zu machen, etwa um Angehörige zufriedenzustellen oder die Krankenkasse nicht weiter zu belasten? Siebtens Wird aus der Freiheit zum Tode damit nicht über kurz oder lang eine Unfreiheit zum Leben? Achtens Erspart die Zulassung der aktiven Sterbehilfe der Gesundheitspolitik nicht den Ausbau von teuren aber humaneren Alternativen zum Beispiel einer höheren Investition in die Palliativmedizin? Die Fragen 1 und 2 nach dem Verhältnis von Arzt und Patient lassen sich schnell beantworten. Sie sind kein philosophisches Problem, sondern sie entspringen einer persönlichen psychologischen Situation. Und die ist immer verschieden. Es kann sein, dass das Verhältnis von Arzt und Patient durch die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe belastet wird, muss es aber nicht. Im Übrigen wäre selbst bei der Zulassung der aktiven Sterbehilfe kein Arzt verpflichtet und gezwungen, einen Patienten zu töten. Die Fragen 3 und 4 nach einem möglichen Missbrauch durch Angehörige sind Fragen an die Justiz, ob sie es schafft, die gesetzliche Regelung sehr weitgehend wasserdicht zu gestalten, sodass eine maximale Transparenz gewährleistet ist. Philosophische Fragen im weitesten Sinne sind die Fragen 5, 6 und 7 nach den gesellschaftlichen Folgen und nach einem möglichen Erwartungsdruck an die totgeweihten Patienten. Hier kommt im vollen Umfang eine sozial-ethische Dimension ins Spiel, die überaus wichtig ist. Doch wie will man die gesellschaftlichen Folgen abschätzen und abwägen? Für die Niederlande liegen seit 2001 drei große Studien zur Praxis der aktiven Sterbehilfe vor. Von den etwa 140.000 Niederländern, die seitdem pro Jahr in einem Krankenhaus ihr Leben beendeten, starben etwa 4.500 durch die Todesspritze eines Arztes. Die vierfache Zahl starb durch terminale Sedierung. Beide Zahlen blieben dabei von Jahr zu Jahr ziemlich konstant. Die Befürworter des Rechts auf aktive Sterbehilfe sehen sich dadurch bestätigt. Von einem Dammbruch könne keine Rede sein, denn die Zahl der gewünschten Tötungen durch den Arzt habe nicht zugenommen. Doch auch die Gegner der Zulassung finden in den Studien Wasser für ihre Mühlen. Denn jedes Jahr gab es zumindest einige ungeklärte Fälle, die einen Rechtsstreit zwischen Angehörigen und Krankenhäusern nach eine Dunkelziffer von nicht gemeldeten Tötungen, die in den Statistiken nicht auftauchen. Aus den bisher vorliegenden klinischen Daten lassen sich also keine eindeutigen Aussagen zur Ethik der Sterbehilfe gewinnen. Bleibt also die Frage 8, ob die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe nicht dazu führen könnte, auf kostspieligere Alternativen zu verzichten. Die meisten Menschen sind sicher intuitiv der Ansicht, dass eine schmerzlindernde Pflege zum Tode der bessere Weg ist als eine Giftspritze. Dieses intuitive Gefühl ist fest verankert in der Natur des Menschen, wie Mark Hausers Testaufgaben zeigen. Aktives Töten ist etwas anderes als eine Unterlassung, selbst dann, wenn es zum gleichen Ergebnis führt. Das grundsätzliche Verbot, einen Menschen aktiv zu töten, ist also nicht die Folge eines religiösen Dogmas von der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Vielmehr ist das Dogma die Folge einer stammesgeschichtlich tief tief verwurzelten Intuition. Aus diesem Grund ist es ein schwaches Argument, die Heiligkeit des Lebens mit dem Verweis auf die Hinfälligkeit von Religion in unserer Zeit abzutun. Die natürliche Tötungshemmung ist älter als das Christentum, selbst wenn alle Zeiten und Kulturen immer wieder und auch sehr reichliche Ausnahmen davon gemacht haben. Es ist bezeichnend, dass auch die meisten Befürworter des Rechts auf aktive Sterbehilfe dem Unterschied zwischen aktivem Tun und Unterlassen einer Bedeutung beimessen. Denn bei aller Kritik an der Grauzone der indirekten Sterbehilfe würde dennoch kaum ein Befürworter der aktiven Sterbehilfe ernsthaft die Meinung vertreten, die Giftspritze sei grundsätzlich der bessere Weg. Aktive Sterbehilfe kann deshalb nichts anderes sein als ein letztes Mittel, wenn kein anderer Weg offen steht. Daraus folgen zwei Konsequenzen. Der Staat muss alle Anstrengungen darauf setzen, die Palliativmedizin zu fördern und mit der indirekten Sterbehilfe so human und so transparent wie möglich zu verfahren. Nicht zuletzt deshalb, damit der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe gar nicht erst aufkommt. Denn das entscheidende Problem bei der Frage nach den letzten Lebenstagen unheilbar kranker und schwer leidender Menschen ist kein medizinisches, sondern ein psychologisches. So richtig es auf der einen Seite ist, das Recht eines Menschen ernst zu nehmen, selbst über seinen Tod entscheiden zu dürfen, so wichtig ist es zugleich, die Umstände zu prüfen, unter denen ein solcher Wunsch entsteht. Das Problem der aktiven Sterbehilfe ist nicht der nachvollziehbare Rechtsanspruch des Patienten. Es sind die Lebensumstände, die eine solche Entscheidung, sterben zu wollen, hervorrufen. Die Palliativmedizin ist deshalb für Arzt wie Patient der humanere Weg. Und zweitens erlaubt man die aktive Sterbehilfe, so macht man aus dem letzten Mittel für wenige, ausweglose Fälle ein normales Mittel unter anderem. Manche Angehörige würden ihre Bemühungen um den todgeweihten Patienten verringern. Und die Krankenhäusern bräuchten sich gewiss nicht die Mühe zu machen, ihm die letzten Tage und Wochen seines Lebens so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Selbst wenn die Statistik aus den Niederlanden diese Angst bislang nicht bestätigt, angesichts leerer Kassen im Gesundheitswesen fast aller europäischen Länder könnte das Selbstbestimmungsrecht auf den eigenen Tod schnell in sein Gegenteil umschlagen, in einen gesellschaftlichen Erwartungsdruck zumindest den Krankenkassen nicht länger zur Last zu fallen. Die entscheidende Frage in den Zeiten ständiger Etatkürzungen in der Gesundheitspolitik lautet also, was ist ein würdiger Tod dem Staat und der Gesellschaft wert? In diesem Licht relativiert sich das starke Argument vom Selbstbestimmungsrecht des Menschen auf den eigenen Tod. Was heute im Einzelfall in der Grauzone von passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe in deutschen Krankenhäusern tatsächlich geschieht, dürfte allemal besser sein als eine rechts- und moralphilosophisch klare und eindeutige Position für die aktiver Sterbehilfe. Für den Philosophen sind Rationalität, Widerspruchsfreiheit und Stichhaltigkeit einer Position entscheidend. Doch für den Politiker ist es seine sozial-ethische Verantwortung. Unerträgliche Grauzonen in der Theorie müssen ihm unwichtiger sein als erträgliche Grauzonen in der Realität. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen hat also überall da Grenzen, wo es mutmaßlich unerträgliche und inhumane Folgen für die Gesellschaft zeitigt. Doch wen zählen wir zu dieser Gesellschaft dazu? Wie etwa gehen wir mit jenen leidensfähigen Lebewesen um, die ihre Interessen nicht äußern und ihre Rechte nicht einfordern können? Zum Beispiel mit Tieren. Kapitel 21 Jenseits von Wurst und Käse Dürfen wir Tiere essen? Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, so dass ich diese Geschichten weiterhin für euch lesen kann, könnt ihr einfach kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jenseits von Wurst und Käse Dürfen Vielen Dank.